paragliding in a rosa auf dem weisshorn tschüss viel spaß sehr schön und hier geht er hinunter nach a rosa und weg ist er wir befinden uns hier auf dem weisshorn auf 2653 meter wunderschön das wetter ein traum auch skifahren ist hier sehr zu empfehlen hier unten ist dann rosa rosa befindet sich auf 1775 meter herzlich willkommen in a rosa